hallo ihr lieben hier ist mal wieder eure claudia mit einem neuen orakel schön dass auch du heute intuitiv auf dieses video geklickt hast ich freue mich dass du dabei bist sei ganz herzlich willkommen hier in deiner kleinen youtube familie und vielleicht findest auch du heute antworten auf deine aktuellen fragen und kannst mit diesem orakel in resonanz gehen du schaust jetzt dieses video dann vertraue darauf dass genau jetzt diese botschaften dich erreichen dürfen ich danke euch wie immer von ganzem herzen für die unterstützung meines kanals für die vielen vielen lieben likes eure views eure wundervollen kommentare unter meinen videos für die vielen aufrufe und für das abonnieren meines kanals heute für dich auf dem magic energy cardboard deine tagesimpulse lass dich also inspirieren ich lade dich dazu ganz herzlich ein wir deuten gemeinsam auf dieser energetisierten legeschablone deine botschaften und es geht heute wie immer um deinen herzens menschen hier liegt ein herzens mensch egal ob er mann oder frau ist das ist dein herzens mensch und es geht um dich egal ob du mann oder frau bist du liegst hier außen du kannst dich jetzt nicht sehen aber ich werde dir das ganze bild deuten es ist wundervoll im moment ist hier so ein bisschen das entgleiten zu sehen vielleicht ist er dir so ein bisschen entglitten ihr habt im moment schweigen und keinen kontakt vielleicht ganz plötzlich ihr hattet noch ein treffen ihr habt noch zeit miteinander verbracht und ganz plötzlich hat er vielleicht auch gesagt ich melde mich wieder wir schreiben wieder und dann war ganz plötzlich einfach schweigen und du weißt eigentlich gar nicht so recht warum warum ist jetzt hier plötzlich schweigen warum ist er so unterkühlt was ist passiert aber hier liegt schon die nachricht er schaut direkt rein also er wünscht sich wieder kontakt mit dir er wirkt aber im moment etwas unentschlossen er weiß nicht was er tun soll aber in ihm ist es unruhig also er ist ganz nervös hier in diesem bild ganz viel unruhe ist da er schaut auch direkt in die ängste also er hat hier auch große ängste und belastungen das fühlt sich überhaupt nicht gut an aber er liebt dich also hier liegt ganz klar die liebe zwischen euch der kontakt liegt zwischen euch und die verankerung also er fühlt sich mit dir fest verankert also im moment ist er unruhig und nervös er hat große ängste die ihn belasten er denkt an die nachricht zu dir er liegt hier aber noch unentschlossen weil nach dieser zeit wo es kein kontakt war muss er natürlich jetzt mut fassen und wieder auf dich zugehen und davor hat er jetzt im moment angst also er hat jetzt angst auf dich zuzugehen er weiß nicht wie er es machen soll er liebt dich er ist sogar verliebt aber was hier auch ganz klar liegt ist eine fuchs energie die im feld liegt und es liegt hier auch eine schlangenenergie im feld das bedeutet dass sein umfeld ihn negativ beeinflusst die energien das was jetzt noch ist vielleicht ist er noch verheiratet vielleicht ist er noch gebunden vielleicht lebt er in scheidung vielleicht hat er erst eine trennung hinter sich energetisch ist er hier nicht geheilt also energetisch liegt er hier noch nicht geheilt und dadurch dass diese fuchs energie und die schlangenenergie noch zwischen euch stehen ist eben immer wieder der rückzug auf beziehung immer wieder rückzug auf verankerung immer wieder rückzug auf kontakt und deshalb stehen ihm auch die ängste noch so sehr im weg und dadurch liegen auch immer wieder belastungen da unentschlossenheiten und das schweigen wir können gemeinsam die schlangenenergie lösen wir können gemeinsam die fuchs energie lösen wenn du also sagst du hast ein ähnliches thema du hast auch immer wieder solche themen die wir gerade besprochen haben dann kannst du gerne bei mir deine persönliche energiearbeit buchen du findest direkt unter dem video meine whatsapp nummer du darfst mir jederzeit schreiben du kannst aber auch gerne auf meiner seite schauen www claudiahader.de da kannst du auch gerne die angebote dir anschauen und was auf dich persönlich hier zutrifft wenn du sagst ich möchte gerne eine blockadenlösung ein liebeszauber ritual ein akasha chronic reading oder die snake eben die schlangenenergie auflösung vielleicht sagst du aber auch ich brauche beides fuchs energie und schlangenenergie weil da ist einfach beides im feld vielleicht möchtest du eine herzens mensch öffnung dann schreibe mir gerne eine whatsapp und ich freue mich schon jetzt auf unsere wertvolle begegnung also er schaut dich an du wendest dich vielleicht gerade von ihm auch so ein bisschen ab du hast vielleicht auch gerade gar keine lust mehr er hat dich einfach verletzt du bist traurig du bist wütend und enttäuscht und deshalb wendest du dich gerade auch so ein bisschen von ihm ab aber er schaut dir hinterher also der beobachtet dich hier auch im internet ja vielleicht schaut dein whatsapp status oder auf instagram oder auf facebook der beobachtet dich der fühlt sich mit dir ganz fest verankert der wird sich bei dir melden das dauert nicht mehr lang das kleblatt zeigt hier ganz klar zeitnah also in kürze wird er sich hier bei dir melden das ist im feld der liebt dich aber der hat auch angst vor der liebe der hat angst vor den gefühlen aber er richtet sich hier neu aus im moment er ist unsicher aber er richtet sich hier im moment neu aus und du siehst ja er versucht ja mit dem brunnen hier wirklich das dunkel ans licht zu heben also er versucht hier antworten zu finden und wenn er sich ausgerichtet hat geht er ja auch über die lichtbrücke weil du siehst hier nach der abwartenden haltung kommt die positive wende dann kommt klarheit rein dann kommt wieder kommunikation und das ist auch seine lernaufgabe dass er die masken fallen lässt ja seine lernaufgabe hat ihr hat hier ganz klar mit den masken zu tun also es geht jetzt bei ihm wirklich darum dass er die masken fallen lässt dass er dazu steht aber im moment liegen eben die masken und auch die lernaufgaben blockiert und dadurch kann er noch nicht in die herzensöffnung gehen was aber schön ist sein herz liegt nicht blockiert und das ist schön und das ist wichtig weil hier liegt nicht sein herz blockiert sein herz ist offen aber sein herz hat angst sein herz ist unruhig sein herz ist nervös und er vermisst dich da liegt große sehnsucht aber eben auch heilung steht an innere kind heilung innere kind themen hier müssen verschiedene themen heilen der hat aber auch energie blockaden und wenn du sagst du möchtest gern mit mir die innere kind heilung machen um in eine erfüllte beziehung zu kommen um deine alten glaubenssätze zu transformieren um dein altes beziehungstrauma und karma zu lösen damit du eine schöne beziehung zu dir und zu einem menschen leben kannst dass du auch hier aus deinen ängsten rauskommt aus deiner verlustangst aus deiner bindungsangst aus deiner angst du bist nicht wertvoll du wendest dich ja von deiner eigenliebe hier auch ab dann kannst du gerne mit mir in 18 modulen deinen inneren kind kurs buchen heile dein inneres kind auch hierfür kannst du mir gerne eine whatsapp schreiben oder du schaust auf meiner seite und liest dir alles in ruhe durch und auch hier gibt es eine kleine community die whatsapp gruppe heile dein inneres kind es gibt auch meine spirituelle whatsapp gruppe wenn du das möchtest bist du herzlich eingeladen komm gerne in diese gruppe also du siehst hier er fühlt sich mit dir fest verankert er wünscht sich klarheit und erfolg ihr geht im moment hier verstrickungen die schlange steht hier auch im weg also diese trennung steht hier im weg deshalb ist die fuchs energie auch noch da er ist sehr unruhig sehr nervös vielleicht steht eben wie gesagt auch die scheidung hier im raum das musst du bei dir prüfen vielleicht ist er auch schon geschieden schau das bitte wie das bei dir passt aber er wendet sich von allem alten ab er wendet sich dir zu der liebe zu und er will mit dir hier in die verankerung also er ist noch unentschlossen aber grundsätzlich ist sein herz frei für dich er will mit dir in eine beziehung er richtet sich gerade nur neu aus sehr schöne botschaft ihr lieben ich danke euch fürs zuschauen wenn auch du fragen oder wünsche hast schreib mir bitte unter das video unbedingt auch wie es dir gerade geht hast du eine ähnliche story schreib mir bitte unbedingt unter das video deine geschichte ich freue mich schon auf diese wundervolle botschaft die ich persönlich lese und auch beantworten werde schön dass du auch heute wieder dabei warst ich sage dir danke aus tiefstem herzen natürlich auch für das abonnieren meines kanals sei auch gerne beim nächsten mal wieder dabei aktiviere noch schnell die glocke und und pass gut auf dich auf bis ganz bald von herzen deine claudia ja 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 es Untertitelung des ZDF, 2020